Wir sind in Ata und wir haben heute zwar Wochenmarkt, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Ein traumhaftes Wetter heute am 23. März und wir sind hier in dem Lokal von Cancyon und hier gibt es ein paar Neuigkeiten. Monika, mach doch mal den Schwenk nach rechts rüber. Okay, ihr wisst alle, wo wir hier in Ata sind. Straße beim Eroski rechts rein. Und das ist die neue Terrasse, jetzt frisch zubereitet und genehmigt hier von Cancyon. Und ja, Landsleute aus unserer Ecke, aus Pullheim, moin zusammen. Hallo. Geht ihr euch gut? Ja. Lasst euch den Wein schmecken. Essen war in Ordnung. Ja, wir dürfen nicht besser quacken. Okay, hör mal, und das ist Birgit, die Kinder, ja die Chefin hier vom Lokal. Hallo. Von uns aus. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Terrasse. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass das Wetter jetzt krachtig ist. Ja, hast du Glück gestellt. Und herzlichen Glückwunsch zu tollen Gästen, die zufrieden und glücklich sind. Ihr habt Tapas gegessen? Ja. Ja. Ja, okay. Wenn ihr zufrieden seid, sind wir auch zufrieden. Also, um es mal rauszubringen, wer Lust und Laune hat, nach Arta zu kommen, macht einen kleinen Abstecher zu dieser wundervollen Frau. Die Gäste sind natürlich dann nicht mehr da, aber das wird schon funktionieren. Und Tapas to go bis 17 Uhr auf der Terrasse. Birgit, guck sie noch mal an. Das ist die Frau, die euch vom Service hilft. Hör mal, tschüss. Mach es gut. Tschüss. Ach, und da ist er ja, der Schiff vom Haus, Christian. Morgen. Hör mal, wir haben gerade mit Gästen von euch von Pullheim gesprochen. Die waren sehr zufrieden. Der Rasse ist gut geworden. So, und das ist auch der Weinkünstler, derjenige, der hier 3600 Weine im Programm drin hat. Also, wer mehr zu Wein wissen will, wendet euch an diesen Mann. Drei Tage Bad, gute Intelligenz, super Geschmack und ganz viel Ahnung von Wein. Christian, habt ihr gut gemacht. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.